Liga Ich bin aufgestiegen Wieso? Ungescheu Das ist doch Jo meine Kartoffel-Frienden und willkommen zu einer Folge Road to Platinum Bitches Mit dem Dominic Jo Mit dem Anti-Made Dominic, der mir direkt mal den Bus klaut, ja moin Ja klar, du musst das, hallo Ja letzte Runde war leider ultra DUNK ULTRA KNAPP Und äh Ja, könnt ihr euch auf jeden Fall bei Dominic reingucken Es ist unglaublich, was da zum Schluss noch passiert ist Naja, das geht gar nicht, ey Aber also ihr da Daher hoff... Daher hoffen wir Dass wir diese Runde strong gewinnen werden Ne, oh alter war das knappe Ne, ne Das ist Deiner, 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 Deiner Ich hab gar keinen Boost, ey Deiner? Alles klar? Ich hab keinen Boost Ich aber Warte, ich hol mir kurz Boost und dann Achso, ja stimmt, dann hab ich grad von Center falsch gemacht Aber das ist gut Jetzt, 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 jetzt Wow Ich hab den echt mal gekriegt Wow Warst du da einfach zu hektisch? Oh Gott ich muss Oh Gott Oh Gott Danke Alter Mein Mikrofon ist grad explodiert Meiner Hat er weggekriegt? Jetzt, 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 jetzt Jetzt, 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 jetzt Wow, er hat mich weggekriegt Ja, das gibt es nicht Ja, aber heute ist nicht unser Tag was Rocket League angeht hab ich das Gefühl Aber dafür ist diese Serie ja bekannt mit ihren Hashtag Zwei Folgen Dass wir mal auf und absteigen hier Wow Oh Gott Hast du den? Hast du den? Ja, hast du Ja, klar Schön Kriegst du jetzt nen Center hin? Einen harmlosen Center Oh, ich bin Hurensohn Hast du den? Ja, aber ich glaub, er kommt da ran Ja, aber er kommt auch nochmal da ran Ich glaub, er braucht auch nur Müll Alles easy, alles easy, alles easy Nein, ich hab keinen Boost Oh mein Gott Hast du das, ey? Ohne Boost geht nix Jetzt Ach, du bist nicht da, fuck Nein, ich war Doch, du bist noch da Oh, Alter Ja, er schießt wieder nach Uganda GG Hallo Nein Hallo? Ja Hallo Hallo Ich bin grad Ja, ich bin jetzt hochgefahren Und dachte so gut Eine Sekunde hast du noch Das ist doch ne Ficke Ja, ich bin auch falsch gesprungen Kann der Knick Diesmal nicht, ey Kriegst du? Jawohl Ja, aber nix besonderes Alter, das kann doch nicht sein, dass wir heute zwei Matches verlieren, Mann Kann schon sein Nein, das kann nicht sein Das nehm ich nicht hin Fuck Uiuiuiui Oh Gott, war das ein Huan-Sohn-Move Sehr schön Ja, schöner Fass So, jetzt deiner So, jetzt deiner Ich bin Center Mit dem ich hier nicht weggekehrte, hätte ich hier noch ein bisschen schöner Center spielen können Ah, fuck, ich hab extra gewartet und gehofft, dass der Typ den nicht mehr trifft Oh Jetzt ist das Center Gibt's doch nicht, Mann Alter, Gott hasst uns Nochmal Center Nee Geht auf unser Tor, Achtung Achso, aber Sehr schön Oh Gott Oh Oh, ne Elegant über dich drüber Oh Leute Jawohl Wir sind wieder back im Game, Alter Der war gewollt, ne Warte, jetzt muss dieses, jetzt muss dieses wie geplant kommen Alter Richtiger Huan-Sohn-Ball Ja So, weiter geht's Calculated, hallo Deiner, deiner, deiner Ja, ja Ich fahre Jojo Ich fahr nochmal in die Mitte Center, Center Bin ich da Fuck, die waren beide nämlich bei mir Oh, lol Du hast den Bus hier in die Ecke genommen, ja moin Deiner, ach du hast auch den Bus genommen Ja, jetzt schon Sehr schön Nehme ich den am Mittelfeld So, deiner Noch so'n Huan-Sohn-Ball Noch so'n Huan-Sohn-Ball Ne, leider nicht, aber Könnte ich jetzt gut reinmachen Oh, nein Oh, man Dann nicht, weil auch nicht Ich bin zu nah dran Um da irgendwas Verwert was draus zu machen Oder so Ich block ihn Ich block ihn, ich block ihn, ich block ihn Wow Oder, ja, perfekt Weg damit erstmal Von unserem Tor weg Jaaaa Digga, wir haben nicht mehr viel Zeit Wir müssen jetzt ein bisschen Druck drauf gehen, ne Wie viel Zeit haben wir denn noch? 30 30 Sekunden Also nicht, äh, jetzt mal 30 Okay Alles klar Man Oh, Alter Jetzt Boah Kommt dann ab, ey Nein Das gibt es nicht Noch ne Chance Noch ne Chance Na, ich wollte ja nicht mehr Center spielen Versuch noch irgendwie zu drehen Ah, fuck verloren Ne, hab mich noch ange... Ah, Alter, so knapp Ist doch ne Ficke Ah, Mann Dann seh ich mal Sollte ich mir was sagen Wir wüns in der nächsten Runde Bis gleich Jo, da sind wir wieder In der nächsten Runde Hooray Ich glaub das sind die gleichen Gegner Unschleiß, wir spielen jetzt die dritte Runde gegen die, ne Nur Salz Info Die dritte Runde? Jetzt echt? Bei mir haben wir auch schon gegen die geschickt Jaja, diese neuen Reifen hat der eine Diese hellblauen Lolz Fick dich Ja, aber du hast eben gehört, was ich zu dir gesagt hab, ne? Als wir... Jaja Meiner Schön, schön Und jetzt, 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 jetzt Jetzt, 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 jetzt Ich bin da, ich bin da Center Ich musste einmal ausweichen, weil der Typ Von hinten gekommen wäre und mich zerstört hätte Ich bin am Tor So, ich komm jetzt mit Der geht relativ Center jetzt schon Jetzt schon fliegen und Oh mein Gott Ne, 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 ne Ich hab mir das selbst verkackt Deiner? Jo Achtung Ja, hab ich Der geht nicht Wird nicht gefährlich Ne, rüber Wow Wo fliegt der denn her? So Wo fliegt der denn her, Digga? Was laber ich? Wo fliegt der denn... Lol Guter Schuss Ich meinte, wo fliegt der denn hin? Ja, was sollt der auch anders Da konnte er nicht mehr viel machen, ey Hätte noch irgendwie rauskicken können Aber halt drüberkicken können Das wär alles gewesen So, deiner? Meiner, 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 meiner So, jetzt, das erste Guck mal, wenn wir das Match gewinnen Dann ist der Bun gebrochen, Diggi Auf jeden Fall Ok, was war das jetzt? Warum nicht gesprungen? Ich bin so 10.000 Jahre in der Luft Was so gar nichts bringt Ah, scheiße Ja, ich bin nur hochgeflogen und Deiner 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 Schön Ah Warte, warte Oh, lol Wie gut der geflogen ist gerade Ah, verdammt Achtung Mal noch hinter dir, der spielt gleich den Ball Sehr schön Och, maaaann Der, Digga, der trifft ihn mit seinem kleinen rechten Ei, alter So, jetzt Schönes Ding Tja, wie er dann vorbeigefahren ist, ey Du brauchst mich gar nicht, ne? Entweder machen die Eigentore oder du machst die Tore, ne? Ich, Digga, ich hab 90 Punkte Mich braucht die gar nicht, ach, alles gut Ah, ich mach' ne Pause Timeout Surrender So Oh, lol, sorry, sorry Ich wollt' unter dir durch eigentlich Ja, ich bin gerade da noch abgehoben Weg damit Schön Weißt du, ich sag' eben zu nem Kollegen, er fragt mich so Ja, äh, hast du denn was Bestimmtes vor? Ich so, ja klar, ich nehm' jetzt Rocket League auf Er lädt mich zur Rocket League ein gerade Ja, voll Trifft ihn mal zu voll Schön Schön Ich bin Mitte Kommt Center Bisschen zu hoch, bisschen Oh mein Gott Ja, ich bin zu früh geflogen Ich dachte, der Ball kommt schneller runter Ja, ist halt diese Physix von Psyonix Die Physix von Psyonix Was macht's denn? Der Name ist Programm Ach, ja, 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 doch, der kommt Der kommt Oh mein Gott Digga, Ariels sind heute irgendwie nicht unser Gebiet Kann das sein? Nee, war grad nicht so geil Was mach' ich da? Bisschen, da bist du dran gekommen Ja, siehste? Oh, ich wollt' zum Boost Oh mein Gott Dass du den spielst Alles gut Wow Den hat er irgendwie voll behindert getroffen? Der war im toten Winkel bei mir Jawollo Im toten Winkel, ja? Bei Rocket League Ja, im toten Winkel bei Rocket League So, jetzt weg mit dem Ball Naja, immerhin, immerhin Oh man, Alter, kam deine Mutter nicht mich Schild? Kann er knickeln Wiii Airdribble ist Programm, Kappa Auf jeden Fall war das Airdribble Weil du ihn noch so oft in der Luft gewischt hast Hä, ich dachte, Airdribbeln ist, wenn man fliegt und dann sich so in der Luft so komisch bewegt, Kappa Nein, das wäre Freestyle Wenn du den dann treffen würdest Nochmal Airdribble ist ja, ist ja, wenn du Oh mein Gott Ich weiß, was Airdriven ist, Mann Gut Wer weiß, wer weiß, ob du das weißt Also ein bisschen mit Rocket League kenn ich mich schon aus Dann klar Wow Digga, schon wieder ein Eigentum, Mann Was ist das? Easy, Tor, easy Wieso spiel ich überhaupt noch mit? Wieso? Wieso? Dein Ball Ihr seht schon, heute ist Action in meinem Video Ich brauche gar nichts mehr sagen, Alter Ich freestyle nur noch hier rum Ich freestyle hin Ich freestyle her Ja Digga Naja, 4-0 Ich glaube nicht, dass wir das in 30 Sekunden noch aufholen werden Nicht, warum nicht? Oh man Guck mal, Freestyle Kommt ihr da dran? Ich glaube, wir ein Hamsterbonat Was? Ein Hamsterbonat, kennst du den Spruch nicht? Komm Tor, 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 Tor Wer hat denn schon 4 Tore und wer hat noch keins? Was? Ja, davon waren 2 Eigentore Also kannst du die Hälfte davon gar nicht zählen Naja, das eine Tor war kein wirkliches Eigentor Oh mein Gott Ja Naja, aber egal GG, 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 easy, easy Spam Jawohl, das war das erste Spiel, das wir gewonnen haben von 3 Ja, das war eine Sub Oh, eine ungewöhnliche Disco-Kugel So, falls euch... Liga Ich bin aufgestiegen Wieso ohne Scheiß Das ist doch Absolut Schwachsinn Wir haben jetzt 3 Games gespielt, 2 verloren Dominik ist zweimal abgestiegen Ich hab nix gemacht Wir waren in der gleichen Liga Und jetzt bin ich einmal aufgestiegen Fairplay, würde ich mal sagen In dem Sinne, haut bei dem Spitzkopf Larry vorbei Falls euch das Video gefallen hat, Daumen wieder nach oben Verfolgt die Serie Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tchao tchao Outro 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 Outro